Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Team SWK mit seinen unterschiedlichen Tochtergesellschaften in Krefeld noch deutlicher darzustellen, dass wir alle gemeinsam zur SWK-Familie gehören. Wir starten in den nächsten Wochen und Monaten mit einem neuen Außenauftritt des SWK-Konzerns in Krefeld. Was bedeutet das? Wir werden insbesondere die Gesellschaften GSAK, EGK, aber auch die NGN unter einem Logobogen, nämlich dem Logobogen der SWK, geführt auftreten lassen. Das heißt, die Gesellschaften werden für alle Krefelderinnen und Krefelder als eindeutig zum SWK-Konzern zugehörig wahrgenommen. Der rote Logobogen spannt sich dann über die Buchstaben G, S, A und K, genauso wie über die EGK und auch über die NGN. An vielen Krefelder Bürgern ist gar nicht bewusst oder bekannt, dass die GSAK ein Tochterunternehmen der Stadtwerke ist. Und das wollen wir hiermit verdeutlichen und dass auch die Krefelder Bürger zukünftig das gemeinsame Angebot aller Gesellschaften hier erkennen und nutzen können. Damit können wir den Kunden in Krefeld, den Bürgern in Krefeld deutlich machen, dass wir hier Leistungen aus einer Hand erbringen. Insbesondere kann ich hier für die EGK auch sprechen. Bei der EGK laufen die Entsorgungssparte und die Versorgungssparte zusammen. Die Entsorgung endet bei uns und gleichzeitig beginnt die Versorgung. Wir entsorgen den Abfall, wir verbrennen ihn und erzeugen daraus wertvolle Energie, Strom und Fernwärme, die dann in sauberer Form hinterher wieder in die Wohnzimmer der Krefelder Bürger zurückkehrt. Bezahlt wird die Veränderung durch die SWK. Das heißt, nicht der Krefelder Bürger muss das bezahlen. Diese Veränderung übernimmt die SWK und stellt damit natürlich auch die Voraussetzungen, um diese Entscheidung auch ins Leben zu holen. Und noch einmal.